So, wir sind hier schon direkt mitten in der Aufgabe, wartet ganz kurz, Herausforderung, na komm lass mich da rüber, die Herausforderung nämlich mit Durchsuche einer Truhe in einem Spukwald, einer Geisterstadt und auf einer gruseligen Farm. Kurzfassung ist also, hier oben ist eine gruselige Stadt, also hier oben bin ich jetzt gelandet, jetzt müssen wir einmal hier hin, zu der Farm und einmal Reading Woods. So, das ganze machen wir jetzt auch im Schnellverfahren, wie gesagt, ich habe hier die Kiste geöffnet, das zählt also als gruselige Stadt, jetzt müssen wir uns halt nur schnell zur Farm rüberhauen, hoffen, dass der Trottel da hinter uns uns nicht down macht. So, ich muss nämlich hier hin, Zone kommt nämlich auch schon, also nochmal, hier oben ist die Stadt, ich bin jetzt einfach mal auf gut Glück dahin geflogen, weil ich wusste, dass da Häuser stehen, alleine, weil es wird wahrscheinlich kein benannter Ort sein, aber da hat es halt funktioniert, wie gesagt, ihr seht es ja gleich in der Aufgabe, da bin ich gerade gelandet, ich habe nur vorher noch nicht das Video angefangen, weil ich mir nicht sicher war, ob das da funktioniert. Also, wenn ich dir schon mal damit helfen konnte, gerne mal ein Abo dalassen, wie gesagt, heute Abend startet man einen Livestream, wo ich auf jeden Fall ein Skin verlosen werde. Ich denke mal, bis dahin werden wir auch die 10.000 Abonnenten geknackt haben, wenn, eventuell sogar im Livestream, das wäre natürlich für mich persönlich die beste Variante. So, jetzt gehen wir mal schnell zur Farm rüber, es liegt nämlich alles schön eigentlich auf einer Route, jetzt ist nur die Frage, haben die mir an der Farm noch eine Kiste übrig gelassen? Weil, wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal gerade eine neue Runde starten, aber müsste eigentlich safe gehen. Jetzt ist halt nur die Frage, das hier zählt, glaube ich, noch nicht zur Farm, ich werde es trotzdem mal ausprobieren. Zack, zack, zack. Oh, wo ist die Kiste? Hä, hier war doch eine Kiste. Oh, ernsthaft jetzt? Naja, das hier zählt, definitiv schon mal nicht zur Farm. Ja, jetzt kein Leck des Jahrtausends. Hallo, Spiel. Dankeschön. Ich glaube, an der Farm haben die mir nichts übrig gelassen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, da sind nämlich fast alle gelandet. Aber wir werden es natürlich trotzdem probieren. Aber da bezweifle ich, dass wir da noch irgendwas finden. Ah, hier höre ich schon mal nichts. Ah, der Farm sieht schlecht aus. Wir gehen mal kurz rein. Oh, diese Lecks, ey. Weißt du, da spielt man diesen Links-Modus. Ja, hier sieht es ganz schlecht aus. Warum leckt das denn jetzt so? Die ganze Zeit leckt es nicht. Nur hier auf einmal. Aber wie gesagt, ihr müsst halt hier an der Farm dann noch eine Kiste farmen. Und halt hier bei Wailing Woods. Ich denke mal, hier in der Farm werden wir jetzt nichts finden. Aber dann machen wir das einfach auf die ganz schnelle Art und Weise. Wie gesagt, ich habe es euch ja jetzt schon gesagt. Aber ich muss das Ganze eh machen. Dann nehme ich es gerade mit auf, damit ihr auch wirklich seht, dass es da funktioniert. Dann gehen wir einfach eine neue Runde rein. Und dann geht es eigentlich persönlich am schnellsten. Ich hoffe halt nur, dass die nächste Route jetzt ziemlich nah Richtung Farm ist. Und halt Woods. So, Kuppenkeile, Abfahrt. So, nochmal Herausforderungen. Ihr seht, eines von drei haben wir schon. Die Stadt scheint wohl nicht zu passen. Auch wenn die Stadt dekorativ geändert wurde. Es passt nicht. So, wie gesagt, hier bin ich gelandet. Da. Da stehen vier, fünf Häuser. Und da bin ich dann hingegangen. So, wir gehen aber jetzt noch hier schnell zu Francie Farm. Probieren uns da eine Kiste zu ergattern. Weil da ist logischerweise die verspukte Farm gemeint. Eine verfluchte Farm. Und danach müssen wir hin zu Weeping Woods. Und da noch eine Kiste öffnen. So, hier geht natürlich alles runter. So, wir hoffen einfach mal, dass wir am schnellsten unten sind. Weil die meisten vergessen nämlich, dass hier nicht viel Gleitzeit ist. Schneller, schneller, schneller. Weil am Anfang werden halt so viele da drauf geiern, ey. So, die Kiste ist natürlich da hinten. So, dann haben wir nämlich jetzt schon die zweite Kiste. Und jetzt geht es noch ganz schnell darüber in den Wald. Kurze Orientierung. Und man merkt direkt, das Spiel, die Surfer sind gerade echt leicht überlastet, ey. Also kein Wunder, das Event, dann das Update. Die hauen aber auch wieder alles an einem Tag raus. Und dann, 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 gerade noch hier ein bisschen Holz mitholen. Und schon überlegen, wenn ich mich sterben lasse, um eventuell da drüber zu fliegen. Aber wir probieren es einfach. Bam, 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 komm schon. Ich glaube, ab dem Berg, wenn wir uns da hochbauen, könnte es schon fast passen. Und wie gesagt, wem das jetzt zu viel ist, der muss nicht weiter zugucken. Ihr wisst ja, wo es ist. Aber so könnt ihr es halt genauso machen, wie ich jetzt. So, wir bauen uns jetzt direkt komplett hoch. Alles, was die Metz hergeben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie uns nicht schon direkt im Gegner vermitteln. Himmel holt dieser Lex, ey. So. Ach, da kommt schon der erste runter. Auf den habe ich schon überhaupt keinen Nerv. Ja, wir werden wohl ein bisschen schwimmen müssen. Aber ist nicht schlimm eigentlich. Ich hoffe halt nur, dass da Kisten sind. Also ich denke mal echt, die einfachste Variante ist wirklich, dreimal in eine Runde reingehen. Wir werden es jetzt trotzdem mal so probieren. Weil ich glaube, so viele sind da nämlich nicht gelandet. Eigentlich nur eine, wenn ich es richtig gesehen habe. So, wir sind ja schon fast da. Zone ist erstmal egal. Und ihr wisst ja, in Gruppenkeile, sobald ihr irgendein Ziel erreicht habt, ihr könnt direkt aus der Gruppe rausgehen. Es war immer blöd für die anderen, die noch übrig sind. Diese Lex. Was ist das? Junge, Junge. Fahrt mal eure Surferlast hoch. So, an der Hauptfarbe werde ich wahrscheinlich nichts finden. Aber vielleicht haben wir Glück und hier ist noch ein kleiner Campingplatz oder so, wo einfach noch eine Kiste rumliegt. Ja, er ist natürlich... Ach, das hasse ich immer. Da müssen die immer direkt alles platt machen. Diese Lex, die sind echt komisch, ey. Schreibt mal bitte in die Kommentare, habt ihr auch gerade so Lex? Oder liegt es einfach an mir eventuell? Ja, ist ja kaum spielbar. Frames droppen mal gerade runter bis auf die 6. Man kennt ihn. Ja, er hat natürlich die... Alter! Wie weit die Frames runter droppen. Warte, hier habe ich irgendwo noch was gehört. Ah, ich kriege es auch schon angezeigt. Alter, das ist doch nicht normal, was hier abgeht. Also ich hoffe, dass die Surfer sich da schnell wieder erholen werden. Ich hoffe, die zählt jetzt. So, wie ihr seht, alle drei Sachen gefunden. Wie gesagt, ich zeige es euch jetzt nochmal gerade. Wie gesagt, hier bei Weeping Woods ist dieser Wald. Da ist die Farm mit gemeint. Und die Geisterstadt habe ich hier oben gefunden. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr ein Skin gewonnen und gewinnen wollt, gerne eure Namen unten reinschreiben in die Kommentare. Gerne ein Like dalassen. Und nicht vergessen, Freundesanfrage schicken. Wenn ihr nämlich was gewinnen wollt, müsst ihr definitiv mit mir befreundet sein. Am besten zwei Tage lang. So, dann würde ich sagen, war es das auch in dem Sinne. Und viel Spaß noch.